ihr müsst jetzt dranbleiben damit ihr nichts verpasst sonst wisst ihr nicht wie es abgeht und ihr geht leer aus so leute was geht ab einfach mal hier ganz schnell freestyle hingelegt und wir nehmen die nummer mal ganz schnell auf und zwar haben wir ja bald hier die letzten sachen raus das ist die finale runde das ist die vorrunde und nächste woche geht das ding nämlich los und ich hoffe durch die decke und ich wollte euch noch mal ein bisschen erzählen hier was wir noch mal jetzt in den letzten zwei runden verlosen werden und zwar die vorrunde ist einmal das stream deck von elgato am start ja und zwölf monate mitgliedschaft psn ja ist auch am start zwölf monate um nicht zu vergessen zwölf monate nicht schlecht so und wir haben dann noch mal 20 euro psn und 10 euro psn und noch einfach mal 10 euro psn weil es so schön war dann haben wir das nämlich raus so das findet am mittwoch statt nächste woche mittwoch die kommende woche ja fliegt das raus und ich versuche es sonntag einzurichten weil ja die meisten leute sonntag zeit haben ja dass wir das hier live verlosen werden decke live dass mir keine umstimmigkeiten aufkommen der typ erzählt ja hier nur kram ne macht er nicht und da geht das yeti blue raus das mikrofon habe ich mir mal irgendwo mal reingezogen soll richtig geil sein ich habe es irgendwie also live persönlich selber ich habe es noch nicht gehört aber es wird auf jeden fall irgendein besitzer finden und ich hoffe der wird sich mega freund darüber und natürlich kommen wir hier das mega geile stück alter was ist los und das ist der hammer und das fliegt nämlich sonntag hier raus ich versuche sonntag einzurichten ich kann es nicht 100 prozent versprechen aber ich gebe mein bestes gern und leute 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 danke für die positiven kommentare wie alle dabei sind jetzt am start sind und korrekt was soll ich noch zum ende sagen ja ich bereite mich auf die fibo vor ne spaß beiseite ne mach ich nicht haut rein genießt die zeit wie gesagt danke dass ihr reinschaut und lasst einen daumen da das reicht mir schon ich grüße euch alle ach so nicht vergessen abonniert und natürlich den daumen da lassen